Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme-Session von HPA Lufia 2. Rise of the Sinistrals. Fuck. Der greift zweimal an, okay. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Und der greift alle an. Wow, Seeland ist besiegt. Wow. Ich bin... Wow. Begeistert. Ja, sehr begeistert. Shit. Ninja, komm bitte. Lass mich nicht, Engai. Alter, Vater, ey. Shit. Okay, ja. Wir müssen hier diesen Berg jetzt durchwürsteln. Und ich glaube echt, hier ist das Rätsel, dieses, äh, oder beziehungsweise der Eingang zum Rätsel. Zum schwersten Rätsel der Welt. Rätsel? Ja, Rätsel der Welt. Ja. Nice. Oh, schön. Schön, schön. Hallo, dein Ernst. Jetzt bin ich enttäuscht von dir. Jetzt bin ich enttäuscht von dir. Sehr sogar. Na, 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 na. Na, na, na. Na, na, na. Schön. Gut, wieder rüber. Und noch einmal rauffallen. 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 Batz. Was? Oh, Moment. Muss ich diesen... Fetten da durchkriegen? Oh, verdammt. Nochmal. Nice. Zack. Ja, muss ich. Okay. Nice. Ähm, dann gehen wir mal kurz hier raus. Äh, nein. Dann gehen wir mal kurz da oben hoch. Und raus. Na, 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 na. Okay, wie es aussieht, muss ich sogar... Och, nee. Och, nee. Mann, das ist doch... Scheiße, ich will nicht gegen die alle kämpfen. Egal. Parken wir schon. Phönix. Ja. Warum denn immer auf Seeland? Das ist echt nicht cool. Okay. Nicht cool. Vor allem, weil der jetzt nicht besiegt ist, oder? Doch, okay, der schon, aber der nicht. Und wenn der jetzt nochmal Seeland angreift, dann ist sie, ähm, arsch. Okay, gut. Mein Kaffeebesser ist scheiße heiß. Aua, aua. Au. Der ist besiegt, ja. Nice. Ich muss noch warten, bis ich meinen Kaffee trinken kann. Mann, ist das kacke. Ey, du Bronzeviech-Typ. Magma-Gonium. Machen wir mal ein Bomber. Normalen Angriff. Winsternis. Und ein Bomber. Ich hätte vielleicht Seeland heilen sollen. Äh. Na, 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 na. Ähm, das macht ja kein Damage. Mann. Aber das. Der ist besiegt, ja. Magma-Faust. Hm. Wieso auf Seeland? Ich weiß es nicht. Warum denn immer auf Seeland? Seeland ist irgendwie das Opfer. Habe ich so das Gefühl. Ständig wird sie angegriffen. Guy wird irgendwie so hauptsächlich verschont, obwohl das so irgendwie, weiß ich nicht, der Tank, der Mega-Damage-Dealer ist. Und ja, Doki und Arty gehen so. Aber Seeland ist echt die Haupt. Äh. Ich werde angegriffen. Der Haupt-Ich-Will-Angegriffen-Charakter. Also. Mann. Ich kann noch nicht reden. Ich bin vor, keine Ahnung, eine Viertelstunde oder so aufgestanden. Aber ich brauche Lufi-Aparts für morgen. Und für übermorgen. Und da ich heute Abend wahrscheinlich nicht mehr zum, beziehungsweise den restlichen Tag heute nicht zum Aufnehmen kommen werde. Da ich bei meinem Fadabin, da der Geburtstag hat. Ähm. Ja. Muss ich jetzt aufnehmen. Phönix-Storm. Hat, ähm, ordentliches Damage gemacht. Din-di-ding-ding-ding-ding-ding. Okay. Raus. Ähm. Was ist hier? Nicht. Wow. Ich hoffe, wir haben bisher alles erkundet. Was wir erkundet haben mussten. Oder was wir erkunden konnten. Ich bin mir da aber, um ehrlich zu sehen, gar nicht mehr so sicher. Okay. Lol. Da waren Gegner. Das sind aber riesige Krähen. Hoi, oi, oi. Alter, sind die riesig. Alter. Die sind echt. Alter. Die sind echt. Groß. Die sind echt verdammt groß. Wtf. Und halten verdammt viel aus. Aber mega. Wow. Ich bin, alter, ein bisschen überrascht grad. Wie groß diese Fackfiecher sind. Aber gut. Aber gut. Nem, 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 nem. Mann, Haru. Okay. Heute enttäuscht du mich, Haru. Heute enttäuscht du mich. Die ganze Zeit nur am Abwehren. Ha, ha, ha. Ich hab grad nichts zu erzählen. Mann. Wir haben fast wieder 100.000 Goldmünzen. Das ist schön. Alter, ja, genau. Gönn dir. Okay. Vorspulen. Und Vorspulen. Behemoth. Herzstoß. War gar nicht mal so krasses Damage. Für dich. Danke. Da unten ist aber auch noch ein... Ah. Ah. Da unten ist halt einfach mal... Mh... Stärker auf alle. Ne Tür. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich da runterspringen sollte oder durch die Tür gehen sollte. Die Tür war richtig. Okay. Gut. Gut, 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 gut. Aber jetzt muss ich nochmal... Oh, nee. Flüchten. 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 Nice. Jetzt sind wir wieder hier? Okay, Moment. Das war doch auch die Tür, durch die wir... Ne, gar nicht. Äh... Hier kommen wir wieder weg von dem Dings. Hier hinten war nichts, oder? Ich... Ja, ich sprint hier kurz durch. Ja, das war nicht eilig, aber es ist ja halt echt ein langer Weg. Okay, Moment. Moment. Ich glaube, ich war durch die Tür hier gegangen, ne? Durch die hier? Ja, ich glaube, dadurch bin ich gegangen. Dann würde ich sagen, müssen wir jetzt durch den... Durch die Tür da. Aber... Hier kann man sich noch langschleichen. Was ist hier denn so? Ne, da nicht, okay. Oh, ich hoffe, ich verpasse hier nichts. Ich hoffe echt, ich verpasse hier nichts. Okay, ja gut. Wir konnten hier vorher noch nicht lang, also ist das hier richtig der Weg. Würde ich mal so meinen. Wien muss fliegen. Oh Gott, Artie ist... Oh, schön. Nice, Artie, danke. Gut, dass du ihn angegriffen hast und nicht einen von uns. Ähm... Oh Gott, oh Gott. Moment, wenn ich darüber... Ne, ich muss hier rüber. Hier rüber, genau. Dann... Musste ich. Von hier aus nochmal da rüber. Dann hier rüber. Und dort hoch. Nice. Zack. Magie-Panzer. Der Magie-Panzer, okay. Ein S-Schutzring, okay. Und? Ein Heilsirup. Hm. Okay, der Heilsirup ist jetzt nicht mehr so nötig. Aber... Der Magie-Panzer... Oh. Er füllt... Ähm... Er füllt 15% der MP auf. 10, 10. Die Bewegung steigt. Ich glaube, den kriegt sogar Doki, oder? Ja, Mann. Doki kriegt den. Ohne Scheiß. Einfach nur damit... Äh... Weil... Weil bei Doki jetzt auch noch ein bisschen... Die Bewegung hochgepusht wurde. 20 Abwehr... Dann kriegt der Geil den. Vom Schutzring zum S-Schutzring. Das ist nice. Das ist nice. Ja. Sehr nice. Stimmt. Zack. Ähm... Wenn ich jetzt da rüberkeh... Gehen würde. Das geht gar nicht. Okay. Ähm... So. Hier rüber. Genau. Da muss ich jetzt... Dort rüber. Das ist immer so ätzend mit dem Wechseln, ne? Das ist immer so ätzend. Zack. Und... Rüber. Nice. Ich will... Ups. Das Schild lesen. Wenn das Gras nicht mehr nachwachsen soll, brauchst du den Pfeil, der... Mit dir... Äh... Mit ihm geht das toll. Shit. Nein, ich will nicht gegen dich kämpfen, mag man allerdings. Oh nie. Das ist das Rätsel. Oh man. Okay. Nein. Zack. Zack. Dann war hier oben einer, ne? Genau. Jetzt wächst da unten einer. Und hier. Zack. Da unten. Zack. 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 Nein. Okay, Moment. Hier. Hier. Dann... Wo ist einer gewachsen? Da oben. Da. Dann war das hier unten. Dort. 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 Hier. Dahin. Zack. 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 Ah, geschafft! Nice! Oh mein Gott, das ging schneller als erwartet. Huh! Wup, 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 wup. Yeah. Mhm. Ah, ah, mhm. Was ist das hier eigentlich? Eine komische Blume. Ja, hier ist es. Hier ist der Eingang. Nice! Wie war das? So, so, so. Oh, Moment. Nee, dann noch nicht, ne? Nee, da muss irgendwie... Moment. Wir haben den als Ausgangspunkt. Okay, Moment, ich glaub, ich hab's. Ja, nice, okay. Wir haben den Eingang zum schwersten Rätsel. Der Welt. Und... Und... Ich werd jetzt den restlichen Part hier und den nächsten Part versuchen, das selber zu lösen. Aber... Willst du's mal versuchen? Ja, will ich. Ich erkläre es dir jetzt. Du musst die Platten mit dem Scherzrund nach vorne manövrieren. Gott. Indem du verschiedene Platten bewegst. Drücke den A-Knopf, um die bewegbaren Platten sichtbar zu machen. Benutz das Steuerkreuz, um die Platten zu bewegen. Wenn du aufgeben willst, setze den Zauberursprung ein. Das Spiel ist sehr schwer, doch ich bin sicher, du wirst es schaffen. Ja. Es gibt dafür auch Lösungen. Aber... Ich denke mal, ich versuch das ohne irgendwie... ...ne Lösung zu nutzen. Das muss hier hin. Moment. Ich versuch das mal so, so, so. Das bringt mir auch nichts. Irgendwie so vielleicht? Wenn ich das jetzt da... Das bringt auch nichts. Nein. Zack. Da hin. Moment. Ähm. Jetzt sind wir wieder beim Ausgangspunkt, sag ich mal. Nicht das? Ja, das bringt mir auch null, wenn ich das so mache. Ähm. Ja, das schwerste... Schwertste. Oh Gott, ich kann nicht reden, Leute. Es tut mir leid. Ähm. Das schwerste Rätsel der Welt. Der Luffy-Welt zumindest. Okay, jetzt könnte ich ein bisschen weitergekommen sein gerade. So. Zack, zack. Nee. So, okay, ja. Das könnte... Ja, das sieht ganz gut aus. Ähm. Moment. Mhm. So, zack. Zack. Okay, wir haben schon mal die weiter oben. Das ist super. Machen wir das mal so, dass ich den auch da packen kann. Ähm. Jetzt haben wir hier ein bisschen... Obwohl... Ich glaube, wir müssten die hier tauschen. Das... Der... So, zack. Nee, das bringt auch nichts. Nein, das bringt nichts. So, vielleicht... So, vielleicht. Nee, wir müssen halt... Denk ich jetzt einfach mal. Zack, zack. Nach da, nach da und den nach oben. So, vielleicht irgendwie. Wir sind wieder beim Ausgangspunkt, oder? Das hatten wir doch schon mal. Glaube ich. Ähm. Den kann ich ja noch weiter nach da schieben, ne? Also den hier. Nach da. Gut. Ähm. Was bringt es mir, den nach da zu schieben? Ich glaube, nicht wirklich viel. Nee. Ich müsste irgendwie... Okay. Es ist halt ein schwieriges Rätsel, ne? Wenn ich das in diesem Part noch packe, Alter, dann flippe ich aus, Alter. Dann flippe ich richtig aus. Weil... Weil... Das... Würde ich richtig feiern. Moment, ich muss das mal eben nochmal... Zack. Und den nach da bringen. So, Moment. Da, da... Okay. Ähm. Wenn ich das jetzt nach unten ziehe. Ja, das bringt nichts. Okay, das habe ich mir schon gedacht, irgendwie. So. Nein. Nein. Bleib da. So. Nein. Noch ein bitte weiter nach da, genau. Nach da. Zack. 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 Nach oben. Nach oben. Nach da. Nach da vielleicht. So. Jetzt bringt das halt auch nichts. Obwohl. Vielleicht könnte das was bringen. Zack. Zack. Ich weiß nicht, was ich hier gerade mache. Ähm. So, den will ich nach da haben. Moment. Ne, wenn ich den wieder nach unten packe, das ist relativ unnötig, würde ich jetzt mal meinen.